Hallo, freut mich, dass du dabei bist und mit mir die Abenteuer hier bei SnowRunner erlebst. Ja, die kleine Einführung mit, wow, Lastgang und, ähm, und Allrad und so weiter. Habe ich schon ein bisschen übersprungen, das sind nur ein paar Meter, warum habe ich mich hier jetzt verkalt, das war keine gute Idee. Überhaupt gar keine gute Idee. Wow, hupen wollte ich nicht. Fängt da super an. Ja, eigentlich ganz neu hier im Sattel. Irgendwie müssen wir hier wieder rauskommen. Wir sollen den ersten Wachtturm freischalten. Ja, ich habe mir den da oben markiert. Auch wenn es, glaube ich, nicht der ist, den wir finden sollen. Aber ich dachte, der liegt da auf dem Weg. Dann werde ich das doch gleich mit in Angriff nehmen. Wenn er eh schon vorbeifährt, vielleicht doch mal den Lastgang benutzen. Nein, dann wieder mit der Winde. Okay, jetzt ist mir der Baum im Weg. Ja, Getriebe, Allrad, Winde, also das ist hier der Totalreinfall. Achso, im Lastgang gibt es ja keinen Rückwärtsgang. Habe ich festgestellt. Okay, hier habe ich mich total in den Matsch gefahren. Das fängt ja super an. Ähm, eigentlich wollte ich die Pfütze daneben anvermeiden. Aber wo ich hier jetzt stecken geblieben bin, das ist ja wieder so... Okay, Windenpunkte, jawohl. Moment, wir müssen mal die Maus aktivieren. Wo kann ich mich denn hier frei winden? Na, hier vielleicht so. Das fängt schon super an. So, dann probieren wir das hier mal in die Richtung. Ah, das sieht besser aus. Das sieht doch besser aus. So, jetzt müssten wir doch wieder vorankommen. Na also. Okay. Ja, ich habe, wie gesagt, schon ein kleines bisschen mal angespielt. Aber jetzt will ich hier mal die ganze Welt erforschen. Und mal einiges an Fahrzeugen freischalten. Es ist ja gerade Season 9 rausgekommen. Da kann man sich als Feuerwehrmann behaupten. So, zieh mich rum ums Eck. Diese Steine hier. So, es muss da hochgehen. Komm schon, mein kleiner Chef-Rollé. Dann packst du das. Na, nicht rückwärts rollen. Rückwärts rollen, nicht gut. Komm schon. Also irgendwie... Habe ich mir das einfacher vorgestellt. Ach, da ist ein Weg. Wieso fahre ich hier neben den Weg? Oh mein Gott. Warum fahre ich hier neben den Weg? Was ist jetzt? Wo ist V? Ah, jetzt kann ich die Funktion wieder. Mein Gott. So, das mit der Winde muss ich echt noch üben. Ja, ich weiß. Es sind einige Profis unter euch, die da schon um einiges länger spielen wie ich. Also wenn ihr Tipps habt und mir helfen könnt, mit Rat und Tat zur Seite stehen, lasst mir gerne einen Kommentar da. So, wir haben es tatsächlich auf den Weg geschafft. Wow. Doch, doch schwieriger als gedacht. Schwieriger als gedacht. Dann musst du jetzt da hochgehen. Das gibt es doch nicht. Komm schon. Ich sehe schon, wir brauchen andere Reifen. Irgendwie. Diese Straßenbereifung taugt da nicht viel. Ja, wenn ihr mir mit Rat und Tat zur Seite stehen wollt, schreibt mir es gerne in die Kommentare. Ich bin um jede Hilfe dankbar. Aber ich denke, wir sind hier auf der Straße. Also sollten wir jetzt auch den Wachturm da oben freischalten. Das sollten wir noch hinkriegen. So, wenigstens ersaufen, äh, versinken wir hier nicht mehr im Matsch und im Schlamm. Okay. So, wo ist der Wachturm? Wow, hier geht es runter. Wow. Vorsicht. Vorsicht, 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 Vorsicht. So, okay, da ist der erste Wachturm. Wie gesagt, der lag auf dem Weg. Ich habe mal auf der Karte geschaut. Na super. Gibt es hier noch eine... Ah ja, schau. Hier ist nicht so matschig nebendran. So, Wachturm geöffnet. Beobachtung starten. Dann beobachten wir mal. Okay. Todessprung wie bei Assassin's Creed gibt es hier wohl nicht. Ist auch besser so. Ich glaube, da unten ist kein Heuhaufen. Ja, ich mache mal kurz den Motor aus. Man muss hier auch auf seinen Spritverbrauch achten. Und dann schaue ich mal, wo ist denn der Wachturm, den ich freischalten soll. Da, okay, hier geht ein Weg lang. Dann markiere ich mir das mal. Das habe ich schon rausgefunden, wie das geht. Wie gesagt, ich hatte schon mal ein kleines bisschen angespielt. Und jetzt will ich das hier richtig genießen, das Spiel. Und freut mich, dass ihr mit dabei seid. Also bleibt gerne mit dran. So, äh, Motor wieder an, natürlich. Ja. Und wo habe ich jetzt meinen Weg markiert? Ah, da hoch. Okay. So, bis jetzt sieht es gut aus. Solange wir nicht irgendwo abrutschen am Berghang oder umkippen, ist alles wunderbar. Wow, jetzt wird es aber felsig hier. So, ein bisschen langsam machen. Ich will nicht den Abhang runterrutschen. Weiß auch nicht, ob man sich an den Felsen hier mit der Seilwinde... Na... Wow, 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 wow. Ah, man kann sich auch an den Felsen mit der Seilwinde festmachen. Sehr gut. Na, das ist aber wieder... Äh, okay. Wir müssen... ...in diese Richtung. Geht das? Ziehen rum? Ja, sehr schön. Okay. Langsam. So, bergab. Bisschen auf die Bremse drücken. Der fährt schon alleine da runter. So, jetzt kommt wieder ein bisschen Schlamm hier. Aber das schaffen wir. Das schafft der kleine Chevrolet schon. So, langsam um die Kurve. Wow. Wir hatten diese Wege hier gebastelt. Ja, genau. So. Vorbei. Hier. Ja, ja. Na, geht doch. Okay. So, das hätten wir gemeistert. So, schön langsam da runter. Nicht abrutschen. Also beim Bremsen rutscht er doch ganz schön heftig. Und hier am Schlamm. Vielleicht fahren wir ein bisschen nebenan. Ja, hier... Das versinken wir nicht ganz so. Okay, wir sind wieder auf der Straße. Können wir Allrad mal ausmachen. Und ich schaue noch mal auf die Karte. Muss ich jetzt den rechten Weg, den Feldweg fahren oder die Hauptstraße langfahren? Gute Frage. Ich glaube fast, wir müssen diesen Feldweg hier entlang fahren. Da unten blinkt noch die globale Karte. Aber... Puh, ich traue mich nicht, den Feldweg entlang zu fahren. Fahren wir einfach mal die Straße lang. Okay. Automatikgetriebe. So, hier wird gespeichert. Okay. Hier ist die Straße gesperrt. Da muss ich hier nebenan vorbei. Aber komme ich hier zu dem Wachturm? Ich bin mir nicht sicher. Also meiner Meinung nach wäre der untere Weg hier der beste Richtung Wachturm gewesen. Ähm... Ja, sollte das so sein. Egal, ich fahre jetzt mal da lang. Ähm... Gelände deuten. Bei deinen Fahrten musst du auf unterschiedliches Gelände treffen. Darunter Straßensand, Schlamm, Tiefenschlamm, Wasser, rutschige Felsen, Schnee und Eis. Nur die erfahrensten Fahrer mit gut ausgerüsten Fahrzeugen können jenes Gelände meistern. Solltest du Zweifel haben, dann weiche der Gefahr lieber aus. Ja, so, das sollte ich definitiv machen. Aber Gefahr ist mein zweiter Vorname. Na gut. So, Allrad wieder an. Hier ist ganz schön schlammig. So, das mit dem Kameraansicht, dass ich hier mal die Maustaste drücken muss. Okay, Wasser. Also mit Schwung durch, würde ich sagen. Gefährlicher Wasserstand. Oh. Nicht, dass mir der Motor absäuft. Okay, ja, das hier geht gut voran. Da kann nichts schief gehen. Okay, was ist das da? Eine Tankstelle. Oh, hier kann ich meine Trax. Du kannst deine Trax hier oder in der Nähe eines anderen Fahrzeugs betanken, dass Kraftstoff transportieren kann. Auftanken ist kostenlos. Ebenso wie Reparaturen. Versuche möglichst oft zu tanken. Okay, und wie tanke ich? Mit C? Ah, F, Kraftstoff voll. 16 Liter. Sehr gut. Haben wir wieder vollgetankt. So, wo ist jetzt dieser Wachturm? Aha, da ist er. Also auf der unteren Straße wären wir wohl nicht entlang gekommen. Dann wollen wir hier mal kurz eine Markierung setzen. Oh, da sehe ich schon eine Schlampfütze auf dem Weg. So, so muss es gehen. Dann mal voran. Oh, jetzt regnet es auch noch. Oh, das sieht sehr... Nicht sehr gut aus hier. Also die Straßenbereifung, die ich da habe, ist nicht das Ideale, glaube ich. Ich glaube, wir können gleich den Allrad anmachen. Auch wenn wir mehr Sprit verbrauchen. Wo kommt eigentlich die Musik her? Gibt es hier auch ein Radio? Habe ich das angemacht? Ich kann mich nicht erinnern. So. Ah ja, der ist ja gar nicht so weit weg. Mal auf der Karte sah das so weit aus. Okay. Sehr gut. Wachturm entdeckt. Gut gemacht. Du hast deinen ersten Wachturm entdeckt. Jeder entdeckte Wachturm enthüllt weitere Teile der Karte. Für die Reparatur der Brücke benötigst du ein größeres Fahrzeug für den Materialtransport. Öffne die Karte, um einen Blick in deine Umgebung zu werfen. Mission. Finde einen Truck, der in der Lage ist, die für die Reparatur der Brücke nötigen Materialien zu transportieren. Transportieren. So, okay. Stopp, 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 stopp. Bremsen. So, Blick auf die Karte. Jeder entdeckte Wachturm enthüllt weitere Teile der Karte. Blablabla. Okay. Kennen wir. Markiere deinen Weg. Ja, das weiß ich. So, hier ist ein Truck. Okay, sehr gut. Sägewerk haben wir hier. Hier gibt es einen Pritschenanhänger. Hier gibt es das Stadtlager und noch einen Pritschenanhänger. Und hier gibt es einen Tiefladeauflieger. Okay. So, wir müssen eine Brücke reparieren. Wie komme ich jetzt da hin? Also einmal so rum. Hierher. Und dann zum Truck. So, ich denke, das sollte klappen. Okay. Mal starten. Nicht die Handbremse anziehen, sondern rückwärts fahren. So, wo ist meine Markierung? Da. Oh, das wird immer schlammiger hier. Ja gut. Ist auch kein Wunder bei dem Wetter. Also von der Grafik her, von den Wettereffekten, gefällt mir das hier echt gut. Richtig genial. Die Fahrphysik macht mir auch gut zu schaffen, ehrlich gesagt. Das ist gar nicht so einfach zu handeln. Oh, das sieht nicht gut aus da unten. Wo kann ich da irgendwo seitlich vorbeifahren? Vielleicht da rechts. Bevor ich in die Schlammlache hier abrutsche, hier vorbei. Ja, ich glaube, das war eine gute Option, obwohl es hier auch schon ziemlich weich ist. Okay, kann ich da außenrum? Sieht man das auf der Karte? Ne, da ist ein Felsen im Weg. Da müssen wir da wohl durch, oder? Schätze ich einfach mal. Ja, das wird er packen. Jetzt geht es gleich bergab, dann schafft er das. Ja, natürlich. Sehr gut gemacht. Sehr schön. Okay, hier ist das Sägewerk. Wow. Ich dachte, hier kommt eine Straße, aber nein. Das ist ja genauso eine Matschpiste, wie wo ich gerade eben den Berg runtergekommen bin. Na gut, also noch kommen wir voran. Bis jetzt passt das noch. Wo ist mein Ziel? Ach, da. Wow, noch kommen wir voran, hat er gesagt, und schon hängt er im Dreck fest. So, wir fahren hier an der Seite. Die paar Büsche, die können wir gerne umnehmen. Aha, ein Truck. Oh, Entschuldigung, der Briefkasten. Truck entdeckt. Du hast deinen ersten Sattelzug entdeckt. Dieser Truck ist für den Einsatz auf befestigten Straßen. Soll das ein Witz sein? Hier ist nicht eine Straße befestigt, habe ich das Gefühl. Ja, auf befestigten Straßen vorgesehen. Verfügt über keine Offroad-Optionen. Wenn du damit fährst, solltest du Sümpfe und tiefen Schlamm meiden. Weitere Informationen? Okay, Fahrzeugmenü. Um in den Truck zu steigen, öffne das mit V. Öffne mit V den Mühpunkt-Funktion. Okay, ist weg. Okay, geschafft. Da stellen wir ab. Allrad mal aus. Und dann machen wir V. Truck wechseln. So, Maus wieder an. Okay, dann steigen wir mal hier ein. Gut, das ist zwar nicht der beste Truck für diesen Job. Einen Versuch ist es wert. Die Firma Steel River Township wartet darauf, dass du die Brücke reparierst. Aufträge wie diesen findest du im Kartenmenü. Okay. M. Kartenmenü. Hier, wo es blinkt wahrscheinlich. Steel River Township. Okay, Renovierung der alten Brücke. Da ist die alte Brücke. Zwei Missionen in der vorgegebenen Reihenfolge abschließen. Wieso zwei Missionen? Nimm den Auftrag an. Ja, machen wir. Einmal Stahlträger, zweimal Holz planken. Kann ich nicht alles auf einmal? Kann ich jetzt nicht alles auf einmal anliefern? Warum nicht? Geht das? Oder geht das nicht? Aktivieren. Okay, zusätzliche Markierungen sind aufgetaucht. Die in der Stadt verweist auf das Lagerhaus, wo die angeforderte Fracht einsammeln sollst. Die Markierung unweit der kaputten Brücke verweist auf deinen Zielstandort. Lass uns einen Blick ins städteste Lager werfen. Okay. Aber kann ich da... Ich soll Holz planken. Kann ich nicht an dem Sägewerk gleich Holz planken mitnehmen? Muss ich das echt nacheinander machen? Hm, das ist jetzt komisch, aber... Wir sind jetzt bereit, die Brücke zu reparieren. Dieser Truck verfügt über eine Ladefläche für Fracht. Jeder Truck oder Anhänger hat eine eigene Frachtkapazität, die in den Slot berechnet wird. Und dieser Truck kann zwei Frachtslots transportieren. Mission, finde die Materialien, die für die Reparatur der Brücke benötigt werden, und liefere sie zur Baustelle. Okay. Na dann. Weil da gibt es doch diese Anhänger. Kann ich nicht? Also ich muss hier ins städtische Lager. Okay. Na gut. Wir fahren da hin. Wow. 240 Liter und im Stand drei Liter die Minute. Na. Da hoffe ich doch. Moment. Hoffen ist gut. Ich muss erst mal gucken, wo ich lang muss. Erst mal hier markieren. Wo ist das städtische Lager? Hier. Dann fahren wir einfach mal hier hin. Also Wegmarkieren ist echt eine gute Option. Habe ich schon festgestellt. Ansonsten. Wenn man hier nicht schon lange gespielt hat und alle Strecken auswendig kennt, alle Karten. Ist mal ganz schön aufgeschmissen. Also der hat nur einen Lastgang. Der hat kein Allrad, kein gar nichts. Und ich soll nach links hier. Dann fahren wir hier gleich mal lang. So. Okay. Noch geht's voran. Hat er eine Seilwinde? Jawohl. Er hat. Okay. Immerhin etwas. Er hat eine Seilwinde. Ich glaube ohne die wäre man komplett aufgeschmissen. Wow. Das ist schon echt geil. Und ich habe schon vergessen, wie man auf die Kameransicht vom Fahrer schellt. C vielleicht? Nein. Na gut. Das kann ich mir ein andermal anschauen. Jetzt sind wir erstmal unterwegs. Außerdem ist so eh die Übersicht besser. Naja. Okay. Hier geht's noch gut voran. Hier kommt mir wieder eine Matschlache. Ne. Die ist festgetrocknet. Sehr gut. So. Hier müssen wir glaube ich links abbiegen. Ein bisschen langsamer machen. Der Truck kommt mir schneller vor wie der Pickup, den wir vorher hatten. Wow. Wow. Okay. Nicht, dass der mit der Maus lenkt. Ne. Das ist nur die Sicht. Okay. Halt. Stopp. 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 Wir müssen hier rein. Das ist ein Lagerhaus mit so engen Einfahrten. Vielleicht haben wir hier nur die falsche genommen. Sorry, dass ich hier einen Wagen angeschraubt habe. Aber ich bin neu hier. So, was ist hier? Frachtverwaltung. Okay. C. Frachtverwaltung. Ähm. So schnell geht das? Okay. Stahlträger. Ich brauche aber... Achso, das ist ein Komplett. Okay. Ausgefehlte Fracht kann auf unterschiedliche Arten und Weise verladen werden. Automatische Verladung bietet die einfachste und schnellste Möglichkeit Fracht, ohne den Einsatz eines Krans zu verladen. Sehr gut. Soll ich das jetzt... Habe ich da... Wow. Okay. Verladerampetrag. Okay, hier kann man umschalten. Aber ich habe jetzt ja zwei Portionen. Ne, das ist nur einmal Stahlträger. So, was ist das hier nebendran? Kups. Die Bremse aufmachen. Wo, 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 wo. Der geht ganz schön ab, hey. So, was gibt es hier? Anhänger. Okay. Moment. Stopp. Um einen Anhänger anzukoppeln. Musst du dich mit dem Fahrzeugheck nähern. Sobald du nah genug bist, aktiviere das Menü mit V. Okay. Anhänger entfernen. Ich habe noch gar keinen Anhänger dran. Anhänger entfernen kann ich nur. Ja, ich habe leider gar keinen Anhänger. Kann ich auch einen Anhänger, einen Anhänger? Das wäre super. Ich vertrödel hier die Anhänger entfernen kann ich nur. Okay, hier gibt es keinen Anhänger für mich. So, wir fahren mal rückwärts zum Tor raus. Na, komm schon. Das passt doch. Na, also. So. Hydrant. Du musst leider dran glauben. Oh. Heh. Okay. Mein Truck muss dran glauben. Der Hydrant ist echt, äh, mutter. Ach, hier steht ein Anhänger. Was hat denn der geladen? Irgendwelches Gelumpe. Ich bräuchte Holz. Nein, nicht. Moment. Jetzt bin ich verwirrt. Wie komme ich jetzt an den Anhänger ran? Wie kann man so blöd einen Anhänger hinstellen? So, komm schon. Da passen wir locker durch. Wenn wir das schön langsam machen. Können wir den mitnehmen? Vielleicht muss ich nur. Jetzt hänge ich da oben an dem Schild fest. Ich komme. Aber, äh, 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 das fängt schon gut an. Kann ich den Zaun umfahren? Jawohl, der Zaun gibt nach. Na, also wenigstens was, wenn das Schild schon nicht nachgibt. So. Jetzt müsste das doch funktionieren. So kann ich jetzt, ah, okay. Anhänger ankoppeln. Ah, sehr gut. So, jetzt ist die Frage. Wenn ich wieder da reinfahre. Kann ich den Anhänger? Also das, wo da drauf ist, brauche ich ja, glaube ich, gar nicht. So, jetzt kommen wir die rückwärtsfahrer. Ähm, ja. Ja, ungefähr so. Eigentlich wollte ich nicht so weit, aber naja. Okay. Ich wollte jetzt eigentlich diese Backsteine oder was da drauf ist loswerden. Und wollte gleich das Holz mitnehmen. Aber ich glaube, bis ich da das hingekriegt habe. Wird das nix mehr mit der Brücke. Kommen wir da rum? Oh, das Auto ist weg. Habe ich das kaputt gemacht? Und es musste abgeschleppt werden, oder was? So, lass mich jetzt mal hier. Ich will gucken, ob ich hier auch gleich Holz mitnehmen kann. Frachtverladung. Frachtverladung. Anhänger. Zu wenig Platz. Verladerampe. Ähm. F-Laden. F-Laden. Ich will keine... Ach so. Jetzt hat er mir nochmal Stahlträger gegeben. Okay, ich glaube, das ist Schwachsinn, was ich hier vorhabe. Entschuldigt bitte. Wieso geht denn das mit dem Menü nicht? So, ich mache einfach den Anhänger weg. So, wir fahren zur Brücke. Ich glaube, dann fahre ich halt in Gottes Namen zweimal. Das geht ja einfach nur die Straße darunter. Das kriegen wir doch easy hin. Da sollten wir doch zweimal hinkommen. Zur alten Brücke. So, und los geht's jetzt. So, ab auf die Hauptstraße. Und los geht's zur Brücke. Ich dachte, ich kann mir einen Weg sparen, wenn ich den Anhänger mitnehme. Okay, das, was da drauf ist, einfach ablade und mir dafür diese Holzbrenner mitnehmen. Aber anscheinend funktioniert das nicht. So, okay. Noch ist Straße. Goodbye, sagt er. Ja, ich hoffe, ich komme auch wieder. Und bleibe mich da irgendwo stecken. Hold'n Motel. Okay. Solange es nicht Bates Motel ist, ist alles klar. Oh, das schwankt ganz schön mit der Last hinten drauf. Na, ich glaube, tanken muss ich jetzt noch nicht. Das können wir auf dem Rückweg machen. Äh. Du wirst mir nicht erzählen, dass ich da jetzt nicht durchkomme. Na, also geht doch. So, hier ab durchs Wasser. Komm schon. So, ein bisschen mithelfen. Na, also. Haha. So, hier können wir wohl auch außen rum fahren. Na, wir können auch, wenn ich das gewusst hätte, dass wir das Schild umnehmen können, dann hätte ich das, wäre ich einfach auf der Straße geblieben. Und ja, gar nicht erst in den Matsch rein. Aber na gut. Was ist da? Das ist ziemlich neblig. Sieht man schlecht. So, tatsächlich geschafft. Wir sind schon angekommen. Wird das schon dunkel? Ich wollte das eigentlich vor Einbruch der Nacht schaffen. So, komm schon. Rum ums Eck. Na, also. Das passt doch. Einmal Stahlträger, bitte. So, einmal hier rein. So, Fracht. Musst du bremsen. Frachtverwaltung. Stahlträger. Entladen. Sehr gut. Wow. Sehr cool. Die Brücke gemacht Fortschritte. Die Lieferung wartet im örtlichen Sägewerk. Okay. Mach den Standort auf der Karte aus. Das Sägewerk hatten wir ja schon gesehen. Da ist es. Soll ich hier wirklich diesen Schlammweg? Naja, egal. Das wird schon gehen. Schön durch die Pfütze dann durch. Örtliches Sägewerk. Okay. Ich hab wieder den Motor ausgemacht, statt zu bremsen. Deshalb klappt das bei mir nicht. Ich versuche immer die Handbremse anzuziehen und mache den Motor aus. So, los geht's. Es wird tatsächlich schon dunkel. Na, dann wird es Zeit, dass wir jetzt auch mal richtig Gas geben. Wir kennen nur Eingas, Vollgas. Immer mit Bleifuß. Wow. Vorsicht, Beton. Okay. Hier müssen wir abbiegen. So, dann mal langsam. Oh, mir graut. Ich hoffe, das geht so. Wow, wow, wow. Ich seh mich schon da unten am Berghang liegen. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war. Bis jetzt geht er noch gut. Der Straßentruck. Oh, jetzt wird's aber ganz schön schlammig. Aber wir haben noch den Lastgang und die Seilwinde. Oh, bloß nicht umschmeißen. Wow, 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 wow. Okay, hier ist schon die große Wasserpfütze. So, dann wollen wir hier mal langsam durch. Okay. Das hat gut geklappt. Trotz der Dank nicht so tief, wie ich dachte. Okay, bis jetzt ist es hier alles noch im grünen Bereich. Und meine Fahrkünste noch nicht so ganz perfekt sind. Da muss ich noch ein bisschen üben mit den Fahrzeugen hier. Das sehe ich schon. Das wird noch eine Weile dauern. Bis ich mich da zu den Profis zählen kann. So, okay, langsam. Da ist schon das Sägewerk. Na also, das ging besser als vermutet. Sägewerk, genau. Idealer Ort, um Holz zu beschaffen. Das ist meistens so beim Sägewerk. Aber wir haben eine fette Abenddämmerung. Buschstock. Okay, landen wir mal. So. Dann sind wir doch hier. Wow, das ist echt schön. Echt krass schön. Der Hammer. So, Frachtverwaltung. Wir brauchen zweimal. Und nochmal. So. Dann geht es wieder zurück. Das ist die Frage. Kann ich den gleichen Weg nehmen, wie gerade eben? Packen wir das? Nur ganz kurz mal. Ja, ich denke, das schaffen wir, oder? Ich denke, wir schaffen den Weg auch noch. Wir haben ihn runter geschafft. Dann müssen wir ja noch hoch schaffen. So. Wege sind markiert. Einmal noch wenden. Also die hier in Michigan. Also hier in der Gegend. Ich weiß nicht. So für irgendwelche Straßenautos ist das nichts. Ohne Geländewagen kommst du da nirgends an. Bei den Wegen hier. Straßen kann man es ja nicht bezeichnen. Das wäre da so ein Sportflitzer-Arten-Tiefen-Reliken. Dann gute Nacht. Okay, was ist das? Hier wohnt jemand. Ich hoffe, ich störe sie nicht schon in ihrer Nacht. Oh ja, aber es ist ja noch. Stammert ja erst, also. Wird das noch passen, denke ich. So, komm schon. Na also, ach, das geht doch. Einwandfrei. So, hier ein bisschen langsam machen. Ein bisschen vorsichtig sein. Okay, das passt. So, jetzt kommen wir schon schwitzen. Ne, noch nicht. Noch geht unsere Straßenbereifung. Da bin ich sehr froh drüber. Dass der das so gut packt. Wir haben noch nicht einmal den Lastgang benutzt. Allrad können wir ja leider nicht. Hat er nicht. Aber das hier geht echt besser, als ich dachte. Na gut, das ist auch natürlich das Anfängergebiet. Also, wie für mich gemacht. Um zu üben. Na also, wir sind ja gleich da. Aber sobald es mal ein bisschen tiefer in Schlamm kommt, und ich glaube, da haben wir mit dem Truck hier keine Chance. Aber so funktioniert das sehr gut. Unser Sprit ist auch noch genügend da. Das passt doch. So. Wir haben es geschafft. Wir sind an der Brücke angekommen. Dann reparieren wir das Ding. Na. Aber gute Bremsen hat er. Das muss man ihm lassen. Okay, entladen. Ja, sehr geil. Okay. Oh, ich bin aufgeschiegen. Gang 2. Sehr schön. Auftrag beendet. Eine Belohnung gibt es auch. Sehr gut. Jeder erfüllte Auftrag bringt dir Geld und Erfahrungspunkte. Jeder entdeckte Wachtturm bringt dir Erfahrung. Mit XP kannst du neue Fahrerrenge freispielen, die zum Freischalten von neuen Fahrzeugen und Upgrades nötig sind. Deinen Vorschritt kannst du im Profilmenü verfolgen. Okay, Profilmenü. Hups. Die Brücke ist repariert. Du hast die Brücke repariert und deinen ersten Auftrag erfüllt. Die Stadt ist jetzt wieder mit der Region verbunden. Lass uns jetzt deine Werkstatt finden, die nun auf deiner Karte markiert ist. Vision. Finde die Werkstatt. Okay. So, Spielermenü wollte ich kurz gucken. Okay. Oh, Michigan. Ja, 5%. Aha. Da haben wir, glaube ich, noch einiges zu tun. Wie komme ich da? Ah, okay. Kann ich jetzt von dem hier in das andere Auto einsteigen? Wieso macht das das Menü nicht immer auf? Ah, jetzt. Truck wechseln. Aber. Kann ich nicht, oder? Wenn ich den Truck wechsle. Nee, geht nicht, weil keiner in der Nähe ist, wahrscheinlich. Naja, dann müssen wir halt mit dem weiterfahren. Achso, ich muss ja erstmal gucken, wo meine Werkstatt überhaupt ist. Ah, hier. Um Gottes Willen. Das ist relativ weit weg. Gibt es da einen ganz normalen Weg dahin. Ich würde sagen, hier, das sieht... Oh, hier ist die Straße blockiert. Werkstatt wird auf meiner Karte angezeigt. Ja, das ist schön, aber hier ist die Straße blockiert. Ich weiß nicht, ob ich da hinkomme. Wo kann ich... Oh, hier gibt es ein Upgrade. Wo habe ich denn mein anderes Auto stehen? Muss ich dann von da hinten losfahren? Wahrscheinlich. Ja, dann muss es einfach mit dem Truck auch gehen. Ja, die Werkstatt. Ich fahre dann einfach hier, hier lang. So. Ich probiere es jetzt einfach mal. Na, wie gesagt, da links sieht man ja schon auf der Karte, dass da die Straße blockiert ist. Also fahre ich einfach hier lang und hoffe, dass hier auch irgendwie weiter geht. Voran geht. Okay, es geht voran durch den Wald. Das sehe ich nicht so gern. Zumindest gibt es hier einen Weg. Und noch versinken wir nicht im Matsch. Oh, da liegen Baumstämme auf der Straße. Okay. Aber immerhin kein Strommasten. Oh, jetzt wird es eng. Glaube ich. Da vorne geht es schon in die Straßen weiter. Komm schon, das schaffen wir. Komm schon, das schaffst du. Da ist die Straße. Na also. So. Ich hoffe, das geht wirklich Richtung Werkstatt. Was ist denn hier? Oh, da steht ein Auto mitten im überschwemmten Feld. Scheint eine Farm oder sowas zu sein. Wow. Vorsichtig. Langsam, langsam, langsam. Erstmal anhalten. Und gucken. Also es geht hier relativ gerade aus Richtung der Werkstatt. Dann hoffe ich, ich habe den richtigen Weg gewählt. Das sind eigentlich meine Lichter. Aha. Ich habe Licht. Gibt es auch ein Fernlicht? Ne, anscheinend nicht. So. Hier ist auch ein kleines. Kleine Wohngegend. Wollte ich jetzt nicht sagen. Haus mit zwar ein paar Campern. So. Da geht es auf diese Farm. Dann versuche ich einfach hier mal geradeaus weiterzukommen. Bis jetzt ist der Weg ja einigermaßen brauchbar. Also Keile so total, nicht so total verschlampt, dass wir stecken bleiben würden. Also ich hoffe, wir kriegen das hin. Oh, da vorne sieht es aus, wie wenn ich, wenn es ins Wasser gehen würde. Äh. Ich glaube, ich habe mich Water over Road. Ja, das ist die Straße, die ich fahren muss. Oder ich kann hier den Weg fahren. Das scheint alles dahin zu führen. Aber ich glaube, ich versuche es mit dem Wasser. Kann ich da irgendwo ein bisschen so seitlich dran vorbeifahren? Oder hier lang? Weil da wird wahrscheinlich alles matschig sein. Oh, schwere Entscheidung. Ach komm, das ist ja gar nicht so viel. Das ist ja nur eine Pfütze. Komm, die Pfütze schaffen wir. Komm, mein treuer Frag. Die Pfütze schaffen wir. Gib alles. Na, Alter. Meiner mache ich mir Sorgen. Wegen so einer kleinen Pfütze. So, ich glaube, da vorne ist schon unser Ziel. Das ist ja super. Ja, da ist mein Ziel. Ich habe es geschafft. Wir haben es geschafft. Okay. Das ist ja mal cool. So. Da ist die Markierung. Da wollen wir hin. Langsam bitte. Werkstatt entdeckt. Du hast deine erste Werkstatt entdeckt. Was du bisher gemeistert hast, bildet den Kern des Spiels. Regionen erkunden, Wachtürme entdecken, Aufträge erfüllen, um Belohnung zu erhalten, Werkstätten finden, um Fahrzeuge zu optimieren und neue zu kaufen. Also geh hinein. Okay, ich mache es. Was gibt es hier zu verkaufen? Upgrade-Standort Auftrag beendet. Das nehmen wir gerne an. Begib dich in die Werkstatt. Sämtliche Tutorial-Tipps und weitere nützliche Informationen zu verschiedenen Themen im Spielkodex mindestens. Das freut mich. Hey, cool. So, ich kann in der Werkstatt meine Fahrzeuge abstellen, aufwerten, individuell gestalten, verkaufen und verkaufen, aber auch in andere Regionen reisen. Du musst eine Werkstatt am Standort finden, freischalten, um sie nutzen zu können. Nicht jeder Standort verfügt über eine Werkstatt. Über eine Werkstatt merke dir also, wo sich die nächste befindet. Okay. Globale Karte. Oh, holy moly. Alaska, Taimir, Halbinsel, Kola, Yukon. Oh, überflutete Ausläufe. Huhu, das jetzt... Was? Werkstatt geöffnet? Okay. Wisconsin. Amur. Don. Maine. Tennessee. Lichtung. Ontario. Ach, oh je. Puh, da habe ich mir ja was vorgenommen. Okay. Ich würde sagen, wir bleiben mal hier. Truck-Lager, Truck-Shop, Werkstatt individualisieren. Was können wir hier so machen? Ich schaue hier einfach kurz rein. Upgrade, individualisieren. Jaja, okay. Neue Motoren. Okay, einen könnte ich schon... Der Motor ist das Herzstück. Okay, ist gut. Das weiß ich. Ich könnte einen neuen Motor kaufen. Das will ich aber nicht. Getriebe, Feinarmstimmung, Schnellgetriebe, Offroad. Federung, Reifen. Oh, hier gibt es viele. Schnellstraße, Gelände, Offroad. Muss ich alle noch freispielen? Okay. Winde. Langwinde, Medium. Mediumwinde optimiert. Höchstleistungswinde. Okay. Differenzialsperre. Was heißt hier freigeschaltet? Ah, das ist das normale Differenzial. Differenzialsperre. Erkunde Michigan. Ersatzrad. Schnorchel. Was es hier alles gibt. Allrad. Aktivierbarer Allrad. Erkunde. Halbinsel, Cola, Russland. Okay, da sind wir noch lange nicht... Oh, Aufsätze. Oh, krass. Holzaufleger. Holzladekran. Pritschenwagen. Was es hier alles gibt, um Gottes Willen. Kurzholzaufbau. Wartungskofferaufbau. Oh, hier gibt es ja was gratis. Metalldetektormodul. Vipro-Seismisches Modul. Okay, das scheint vielleicht für irgendwelche Quests zu sein. Abschleppbühne. Sattelkupplung. Hoch und niedrig. Oh Mann. Bis ich das raus habe, wofür ich das alles brauche. Prost Mahlzeit. Was gibt es hier noch? Stoßfänger. Verschiedenes. Ah, okay. Da kann man hier so andere Sachen... Ah, sehr schick. Hier kann ich ihn anmalen. Rot. Und so weiter. Okay. Und hier gibt es... Wackelkopffiguren. Bootsmann. Joker. Cool. Säbelzahn. Walrus. Dackel. Das ist ja genial. Ah, duftbäume. Ja, genial. Vorhänge. Aufkleber. Free-True-U. Okay. Okay, also hier kann man sich mal richtig austoben, habe ich festgestellt. Truck-Lager. Wo ist eigentlich mein... Das ist das Truck-Lager. Hier kannst du jedes Fahrzeug aus deiner Werkstatt abstellen, die abgestellten können. Fahrzeuge können jederzeit wieder in die Werkstatt gestellt oder... So schnell konnte ich nicht lesen. So, das ist der GMC. Verfügbar. Oh, die sind mit meinen DLCs. Guck, was ist das hier? Echt cool. Was für Kisten hier? Der ist ja witzig. Caterpillar. International. Okay. Also die habe ich anscheinend durch die DLCs, wo wir mit dabei waren, wo ich das gekauft habe, bekommen. Aber wo ist denn jetzt eigentlich mein anderer Truck? Mein Auto, muss ich das auch noch herfahren? Der Pick-Up. Also anscheinend ja. Na gut. Truckshop. Okay. Wow. Hier ist der Chevrolet. Aber den habe ich ja schon. Ah, hier sind die angehakt, die ich schon habe. Okay, wie kann ich denn hier weiterblättern, mit Tasten? Ah, hier schalte ich oben um. Also muss ich hier weiterblättern. Wow, ist das viel. Oh, Gottes. Ich werde irre. Oh je. Okay, ich gucke jetzt nicht weiter. Das ist wahnsinnig viel. Total wahnsinnig viel. Reise bitte in die Region Alaska. Um zunächst das Reisentutorial abzuschließen. Warum sollte ich das wollen? Was will ich in Alaska? Da ist alles voll Eis und Schnee. Eine Werkstatt wartet hier bereits auf dich. Das wird fürs Erste deine Primärbasis sein. Lass uns reingehen. Wähle die Werkstatt im Bereich Objekte und betrete sie. Naja, dann... Ah, Objekte hier? Soll ich dann... Okay. Okay, Alaska wollte ich nicht. Ich will wieder zurück. Hier ist es mir zu kalt. Sie ist leer, weil sich dein Wagen noch im Truck lade. Bild dich dorthin und finde heraus, wie alles funktioniert. Okay. Dann machen wir als Tutorial... Wo habe ich jetzt den... aktiver Truck? Du kannst jetzt dein abgestalltes Fahrzeug aus dem Lager holen. Okay. Aber warum den? Warum kann ich nicht den anderen? Na ja, dann hole ich halt mal den raus. Einsetzen. Okay. Dein Wagen steht in der Werkstatt. Lass uns jetzt rausfahren und Alaska entdecken. Nein, ich fahre jetzt nicht raus und entdecke Alaska. Na, 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 Kollege. So nicht. So nicht. Ich gehe wieder zurück nach Michigan. Ich möchte jetzt erstmal hier weitermachen. So, wo ist jetzt hier mein Werkstatt? Ich könnte natürlich auch zu meinem Auto. Pritschenanhänger gehört mir da auch. Ah, ne, das war der, den ich mal angehängt hatte kurzfristig. Okay, ich gehe jetzt zu meinem Chevrolet. Weil der muss ja auch noch in die Werkstatt. Ja, hier sind wir. Ich sage vielen Dank, dass du dabei warst. Schau gerne wieder rein, wenn das Abenteuer hier in SnowRunner weitergeht. Wir erkunden Michigan. Und bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao.